Bereits mit vier Jahren wurde er eingeschult. Der elfjährige Philipp Amadeus Hahn aus Thüringen hat einen IQ von 146. Jetzt entdeckten ihn Filmleute bei einem italienisch-tschechischen Kinostreifen mit dem Titel Il Buemo. Es gab kein Casting, also man hatte ihn, ich glaube, bei Thomas Gottschalk entdeckt, wo er ein Klavierstück gespielt hat. Il Buemo, das heißt Der Böhme, das ist über einen tschechischen Komponisten und dieser Komponist war sehr bekannt in Italien und der Film findet daher auch in Italien statt, weil sich eben der Misliwitschek und Mozart in Italien zum Unterricht treffen. Im Film spielt er den 14-jährigen Wolfgang Amadeus Mozart in Italien. Also ja, ich muss Italienisch dafür lernen, was bis jetzt nicht so schwierig war, wie ich gedacht hatte zuerst. Nach der Kleiderprobe in Rom wurde ihm extra ein roter Frack auf den Leib geschneidert. Ich habe mich dafür entschieden, die rote, rot und blau, ne? Rot und blau, genau. Das rote zu nehmen, weil es wurden mehrere Anzüge gefertigt, weil man halt eben nicht wusste, was besser steht. Die Dreharbeiten mit dem Thüringer Wunderkind beginnen Anfang Oktober in Genua. Also es ist für mich eigentlich eine große Überraschung gewesen, dass ich in den Film gekommen bin. Es ist was Neues. Also es ist nicht immer das Konzert, Wettbewerb, Interviewgefühl, sondern es ist halt eben nochmal, ähm, noch was anderes. Wettbewerb, 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 Wettbewerb. 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 Wettbewerb.